Die nachfolgenden Szenen beruhen auf wahren Begebenheiten. Sie beschreiben den Tag, der als schwarzer 1. April in die Geschichte eingehen wird. Bis auf das Ego des Protagonisten ist niemand zu Schaden gekommen. Hau Hunde hier bei uns, Martin. Was? Wo? Wo? Da, hinter dir. Hinter dir. Ah! Und der Hive, wo kommt die her? Oben, die ist immer da oben. Ich brauche Hilfe. Ich glaube nicht, ich habe es alleine geschafft. Fuck, 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 Emulator, Emulator. Leute, ich habe hier... Jäger, zwei. King. Hier, auf dem Feld. Nein, ich laufe gerade in vier Hunde rum. Ich habe nur eine Romero und eine Hunter-Borst oder so. Ja, ich habe auch nur eine Short-Field, aber ich habe noch eine Uppercut. Da. Ein Hit. Ah, es war ein Zombie. Scheiße. Die waren auf dem Feld. Also, die sind von da nach da rüber gelaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die sind. Ich muss jetzt nicht sagen, auf dem Feld sehe ich halt Null und nichts. Nichts, das ist, ne? Jetzt sind wir den Winnie-One hingelangen und da ist ein anderes. Da. Da laufen die. Die sind jetzt... ... am roten Tor. Ja, gesehen. Also, quasi da hinten, ne? Ja. Gerade da was blitzen sehen. An der weißen Hütte. Die schießen immer noch schön sauber auf mich. Ja. Ich kann absolut mit meinen Waffen nichts anfangen. Rote Tor. Ja, da vorne sind sie. Ich kann halt mit meinen Waffen nichts machen. Ja. Was sind immer noch da? Einer ist am roten Tor wieder. Einer scheint auch etwas weiter hinten rumgelaufen zu sein. Mit größerem Bogen. Ja. Weil er so ein Vögel hochgegangen. Soll ich euch mit der Uppercut nicht treffe. Was ist denn hier wieder los? Ich hab gleich keine Munition mehr. Einer ist da irgendwo am Zaun. Immer noch hinten an der weißen Hütte. Hab einen Hit gegeben. Ich hinterlaufe so ein bisschen. Ihr seht mich ja, ne? Ja, ich hab keine Munition mehr. Immer eine Amorküste. Natürlich nicht. Sehr gut. Ach, fuck, Mann. Ich hab den gesehen, ey. Das ist meine letzte Runde für heute. Mit einer Bornheim-Kopfschuss einfach aus 25 Metern. Hat er dich umlaufen? Nee, der steht da immer noch, wo wir die ganze Zeit hingepingt haben. Aber ich hab versucht, die zu umlaufen. Wir gucken uns an, als wären wir verliebte Spasten einfach. Und der schießt mir in den Kopf, während ich irgendwo hinschieße. Sind die auf dich, Toni? Nö. Schießen die dann hin? Da ist einer. Ja, das war der, der mich gekillt hat. Der hat eine Bornheim. Instant Aim. Die laufen gerade weg, glaube ich. Versuch mal durchs Feld zu rennen. Pass auf. Da ist er im Kornfeld bis so unsichtbar. Da hinten sehe ich einen Lauf. Da hinten war er. Ich höre sie. Vorne bei mir. Liegst du im Kornfeld noch? Nein, nein, außerhalb. Der guckt da. Scheiße. Ich kann jetzt natürlich nichts werfen. Ich kann jetzt natürlich nichts werfen. Da bin ich ja nicht dran. Nein. Man kann es nicht... Du bist hinten rumgelaufen, komplett in der Eimel. Also an der weißen Hütte vorbei, Torine. Okay, da waren wir nicht mehr da. Aber habt ihr die Frau mit dem blauen Hemd gekillt? Ne. Die war direkt vor Martins gleiche. Ich habe sie danach nicht mehr... Ja, die ist, glaube ich, weggerannt in die Richtung. Tatsächlich. Mit den anderen. Ich habe halt nicht mehr viel... viel Medipack. Ich kann dich auch heilen, weil ich bin instant tot einfach beim nächsten Treffer, der mich trifft. Und ich meine, nicht dauerlich mein Tod. Ich brauche ihm noch den hinten, ne? Ja. Ah, hier ist ein Trait. Golden Faces. Mal, grösst aus Richtung Nord. So, einer muss ja hier Eventpunkte sammeln. Schieße auf uns? Nein. Aber die Schüsse kommen aus... Norden. ... zur Schweinfarn, ja. Okay, Fischhies, ich kann hier nicht durch. Ich bin instant tot, wenn die mich hier befinden. Ah, hinten ist ein Tod hier. Ich glaube, der Tony rennt, äh, zum... Ums, ne? Ah, ne, wie kommst du jetzt hier zurück? Hast du geschossen? Ja, ja. Hype hat mich angegriffen, ich hab immer einen genutzen. Solltest du vielleicht nicht unbedingt vorlaufen. Jo, schuss auf mich. Das ist einer, Martin. Ja, ja. Da sind sogar... Da war gerade eben einer down sogar. Fuck. Ist hier natürlich die Giftwolke hingepackt. Ich hab vier Schuss, kotzt mich das an, ne? Da! Ping. Ach, fuck you, ey. Ich bin tot. Ja.